hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play rainbow six siege auf dem kanal cmox ihr gastgeber omnitron weitere gäste sind alexander michael und jonas und hei und hei in deiner hose klartext mal ist jetzt mal real talk schon mal länger das ist ich habe ja noch viele folgen auf palette ja du solltest mal anfangen die hochzuladen verlangen wird langweilig wir sind immer noch nicht beim beim dlc rauskommen das ist schon seit fast anderthalb wochen draußen machen wird die folge kommt ja anfangen übernächstes jahr raus ich glaube morgen kommt das raus also ja 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 das ist blöd aber du musst das glaube ich echt von dem dlc garage 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 nein jedenfalls falls das raus sind die folge als diese folge rauskommt sind die anderen folgen ja schon längst draußen und jetzt habe ich schon länger zeit wieder nicht gespielt und wir sind ja bronze 4 gestartet zumindest ich und dann habe ich bis zu silber gespielt und dann kam da kam eine ganze große reihe also lange zeit habe ich dann verkackt viele matches verloren bin der zivilersilber 2 im moment habe ich sogar gar keinen rang weil rainbow ein bisschen rumspackt mann ich habe gemerkt nein guck mal mega geil es ist ein erdgeschoss okay kann man durch die wand gucken ach jonas warum hast du eigentlich nicht so voll den helmen bei wagen ja wir auf rom germany hatte das an der tlf vorwahl erkannt was soll ich sagen ja das ist clear ab und zu spackt es müssen rum und man hat dann gar keinen rang angeblich mich hast du eigentlich schon rang nennen er wieder mein erstes rang spiel seit update ach so super ja dann wo ist er denn ach so okay ich bin ja genau richtig ich bin ja da mein zieler hat warte 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 erst spät Ich hab einen ganz kurz markiert. Ach geil Chris. Was? Ach geil Chris. Michi das ist ja eine super optimale Stelle. Michi geh mal auf den weißen Van drauf. Oder bleib so, bleib so. Okay. Einer ist noch hinten in der Tür. Einer ist noch hinten in der Tür. Einer ist noch im kleinen Lebenraum. Der sagt mir irgendwelche Coins. Aber ich hab keine Ahnung wovon der labert der Typ. Ist er jetzt auch deutsch oder wie der Typ? Er hat grad das danach gefragt. Guckst ein Laser hoch zu mir. Er hat es ja schwunden. Ich hab ihn kurz gesehen. Ja, ja. In the main door. Left to you. Left? Ich seh da nix. Ach. Wüsst'n du. Ja, so siehst du's auch nicht. Siehst noch nicht. Ja. Oh Alex. Ah nein, ich kann nicht durch das Auto schießen. Scheiße. Ich dachte ich kann nicht. Beide kurz markiert. Ich kann ja nicht durch die Scheiben schießen. So dämlich. Alter echt, Alexa. Pass auf. Nicht rennen. Nicht rennen. Ich hätt ihn safe call gehabt. Aber nein, man kann ja nicht durch die Scheiben schießen. Ah. Das ist ne... Tatsache, dass ich immer wieder verdränge. Schieß mal durch den Tisch durch. Nur einen, den nicht durchs Markierte. Okay. Ah, Kamera ist weg. Nice. Das ist sehr schön. Geh rein Alex, geh rein. Nein! Nein! Ich hab' die Falle nicht gesehen. Ich geh' so um ne Schild rum. Ich dachte so, ich spring' nicht drüber, ich geh' außen rum. Ja, so so Dinger sind dumm. Ja. Das sind richtige Assi-Fallen. Und da geb' ich noch so zwei schöne Headshots und dann das. Was war jetzt die Spezialfähigkeit von ihr? Also sie kann schleichen, das ist ihre Spezialfähigkeit. Und sie kann, wenn die Leute in Jert sind, mit F dich verhören. Und dann siehst du halt zehn Sekunden lang die Leute rumlaufen. Alle Gegner in Echtzeit. Ja, in Echtzeit. Also du hast quasi zehn Sekunden lang wallhacks. Das ist nice. Aber siehst glaub ich nur deren Namen, ne? Wie läuft das mit dem Verhören ab? Wenn du jemanden verletzt hast, gehst du drüber. Wiederbeleben, einfach F gedrückt halten. Dann redet ihr auf dem Rücken. Hey, hau denen das Messer in die Seite. Es sieht leicht aus, wie das Messern bei Battlefield. Ähm. Ja, ungefähr so. Ja, ein bisschen. Es sieht aus, wie ein Messer halt aussieht. So wie es aussehen sollte. Ich kann nur zwei oben machen, ne? Zwei Lücken. Ich lauf gar... Ja, genau. Eine Drohne erwischt. Habe ich bestimmt schon mal gesagt. Aber ich mag die im Surf. Ja, ja. Ich hab mir mal so aufgenommen, wie ich mal mit Cavera und Capitao jeweils vier Kills mal gemacht hab, weil ich richtig abgegangen bin mit der Waffe. Ach doch, Michi. Ich kann sein, dass ich hier zu viel reinschmeiß gleich, ne? Mhm. Mach mal. Ich frag mich grad, ob ich da einfach das Video einfach da... Alex, hast du noch Reinforcen? Reinpacken. Äh, wieso ich? Ja, da oder mach da bitte. Räuchten hier noch ne Wand, wenn jemand noch hat? Ja, eine habe ich noch, warte noch einen Moment. Ich hab's da markiert. Okay, macht unser Random. Ne, er hat anscheinend keine mehr. Ne, er hat keine mehr. Ne, er hat keine mehr. Das stimmt. Alex, hast du noch? Ne Wand? Drei sind bei mir. Wo bist du denn, Abta? Hm, wir haben da ne offene Wand, Alter. Äh. Alex, nimm das Ding jetzt weg. Du kannst es an die Decke schmeißen, wenn du willst. Dann sag wo. Warte. Äh, da kann ich die aber nicht, ich kann das nicht aufmachen. Ich geh mal Garage. Achtung, weg unter der Luke. Weg da Michi. Sehr schön. Okay, noch einen können wir holen. Der nächste ist direkt hier. Wartet, er bewegt sich. Stopp. Hier. Warte. Warte, warte. Warte mit dem Zünden. Alex. Oh, oh. Oh, was war's denn? Äh, Chris sind alle nach oben. Das war so. Oben? Nochmal. Ja, sind alle oben. Fuse auf jeden Fall mal. Hat sich selbst so gebraucht. Hat sich selbst so gebraucht. Das ist auch gut. Das Ding ist, ich bin einfach zu schlecht als KW. Ich bring die eigentlich immer alle um, bevor ich sie fürhören kann. Ja, hab ich auch. Die MSNF ist einfach... Okay, 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 okay. Reloading! Die haben selbst einfach eine viel zu geile Waffe. Denk von mir hört man da auf jeden Fall jemanden. Oder drücken. Nein! Oh, Chris! Nein! Chris, der letzte ist hier, der letzte ist über mir. Oh, Chris! Der ist panisch. Ich hab einen Schuss zu viel. Ich war's neuerdings ein... Einen Schuss zu viel bevor. Direkt über mir. Ich bleib unter ihm die ganze Zeit. Du musst vorsichtiger sein. Da ist ja Drohne links von dir. Die kannst du nicht. Nee, nee. Die guckt mich nicht an und... Würden mich sonst fahrten. Ja, was? Über mir. Okay. Stimmt gar nicht. Doch, war über mir. Ja, war. Alter, kam mir grad entgegen. Ja, ich hab mir mal. Sie fahrt direkt nicht bei dir. Ja. Ja. Okay. Aber ich hab... Jetzt spiel... Sie... 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 Wenn ich jetzt zu der hingehe, dreht sie sich um. Ich bin tot. Deshalb ich bald mit dem Zerf. Headshot ist down. Dann... Ich geh weiter. Sie... Sie... Ash so in der Cam, ne? Okay. Gehen... Zwei Schuss... Oder drei. Das ist... Verdammt. Verdammt. Wir haben keinen Termite. Ach, Mann. Ich will... Ich will... Immer wo wir das Termite nehmen. Ich will... Ich will mal Kapitaus. Nee, Alex. Wenn du 10-4 in die Decke schmeißt, warte ein bisschen. Die waren ja noch weiter am rumlaufen. Du hättest damit locker Kill bekommen können. Das war zu hektisch von dir. Das Happy Ending kam viel zu früh. Ach, der war glaube ich ein bisschen geschockt. Ich muss auch sogar schauen mal, wenn ich da hochgejagt habe. Er war mir direkt an der Luke. Ach, da. Wieso habe ich das Gefühl, dass die einen Puls haben? Aber irgendwie habe ich jetzt wieder ein gutes Gefühl. Weißt du, die letzten Wettkampf waren immer nur verkackt, 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 verkackt. Aber jetzt haben wir gerade eben den Wettkampf mal so gespielt. Ich gehe jetzt nicht... Ich gehe jetzt nicht... Ich gehe nicht da oben rein. Nicht, wenn die einen Puls haben, um zu knicken. Aber das war gerade eben gut, wo wir das gewonnen haben. Das tat in der Seele gut. Jetzt sieht es schon mal gut aus. Eine rosige Zukunft. Da haben wir auch schon mal 3-0 verloren dringend dran. 3-0 geführt und dann noch verloren. Ja, schon klar, aber... Ich fühle es. Alter, Alex. Das sind wieder so Sachen, wo ich dich des Todes hasse, ne? Frank, die Schaut hat. Der Raum war clear, Alex. Der nächste ist soweit. Auch halt immer aus. Der Chris kann auch rein. Ganz Main Lobby ist eigentlich clear. So, unten dieser Gang ist auch clear. Die Wendeltreffe ist auch clear. Jetzt guck ich mal bei Michi dahinten. Das kleine Büro ist auch clear. Und den Rest wird wahrscheinlich Michi machen. Ja... Geh mal zu Michi und mach oben die Decken auf, ne? Eingangsfalle ist clear. Oh, einer ist in diesem kleinen Miniraum. Bei der Eingangsfalle? Ne, ne, unten im Abstellfeller. Bei dir, der Miniraum hab ich geguckt, aber nur flüchtig jetzt. Okay, hier ist... Hier muss ja gar nicht... Es ist gar nicht verstärkt. Ja, ich würde sagen, Jonas, du bist als Erster. Okay, hier ist verstärkt. Ja, hier wird geschossen. Leute, ich mach hier auf. Da ist nämlich verstärkt. Ach ja, scheiße, sie haben Puls. Könnten von unten laufen. Ja, der... Der hat... Der hat... Der hat... Der versucht auch. Der ist nicht so wirklich gut dabei. Pass auf, da ist hinten der Jäger. Ja, er ist verkackt. Der wird da jetzt gleich kommen. Wo ist da hinten? Achso, da. Dahinten. Jetzt zu Alex. Also, sie ballern hier ein bisschen rum, aber sie... Och! Alex! Der ist an dir vorbeigelaufen. Der ist an dir vorbeigelaufen. Der ist... Der ist in dem Raum! Der ist nicht an mir vorbeigelaufen. Der ist an mir vorbeigelaufen. Ja, aber ich hab ja nicht dahin geschaut. Ja, aber... Was? Ich hab die Kamera in dem Moment abgeschossen, als er da reingahmt. Ja. Äh, ich würd da weggehen, Michi. Ich geb's auf. Merk ich, ja. Das... das lohnt nicht. Boah, inwählen Kacke. Hier noch ne Luka? In dem Raum, ne. Oh, unser Fuse hat doch ne Frostfalle gesehen. So, Christian, du hättn oder gehst kurz, dürftest du gleich Bekanntschaft mit Jäger machen. Ich wollt den schon immer mal kennenlernen. Ich hab schon so viele von ihm gehört. Ja, verkackt. Voll verkackt. Er hat kaum noch Leben. Aber ich hab's grad voll verkackt. Michi, äh, unten. Wenn du runter gehst, dann links mal gucken. Die Treppe hochst du ja. Lass den ja nicht aßen. Rechts. Guck mal rechts. Hinter dir. Hinter dir an der Treppe. Jetzt links von dir. Das interessiert Michi nicht. Er jagt nach seiner Beut. Er hat noch eine Minute und 15. Aber er wird den Ace schaffen. Da bergert die Treppe. Danke für's Zuschauen. Es hat alles da und das zusammenfritzt auch. Du sprichstай auf den Platz, dass du innst und ein paar excitementlasst. Best 피ciere. noch mit laser vor laser wie abgeht kann man die level schon aber die ränge gar nicht mehr sehen von anderen ich habe ja auch gerade angeblich habe ich auch gern mehr jetzt versuche ich noch mal zu verhören mit kavera kann es sein dass irgendwie neuerdings alle gebannt werden ja habe ich immer das gefühl das gibt bomb bomb aber es ist ja nur für ein paar tage das heißt sie kommen wieder oder werden sie wieder ne ne die kriegen perma ich nicht manche kriegen aber auch nur tagesband ne ne die kriegen alle perma alle die kriegen dann 30 lupen waren die perma jetzt nur noch jetzt ja ja es hat ja an als man angefangen hat da war es wirklich noch so dass im hacken entdeckt wurde ja alex sei dauerkacke ja 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 erst dann hat das mal 20 30 minuten 40 minuten bis zu 60 so und dann fing es an dass es erhöht wurde auf einer stunde zwei stunden das heißt wenn man ein tag gebannt war es wird immer im hacken erwischt worden sein zwei tage ist schon für die ganz hart für die leute die leute die leute die zwei tage die müssen die müssen schon mit einem crackpasing gespielt haben sind die die müssten schon dafür jemanden umgebracht haben was zu spielen zu können er hat man so lachen wie sie scheiße die haben leute reich umgebracht zwei tagesband eine weste noch übrig ich habe eine zwei die größten schwerstverbrecher wurden dann die glaubt und dann natürlich auch gebannt bei massive kann sein nicht eine sein der wenn du gleich dann haben wir müssen standard wo machen die den kaputt auch die machen in der in der hauptlobby da ist was offen also die vor der Tür oh mein Gott ich muss diesen ach so nicht ich glaube wenn Puls genervt wird so auf 13 Schuss nur noch die sind oben oben erhält im Konsulbeerrechte nicht nahe bei mir gewesen und das ist deine nitrozelle michi ja hast du noch dings ne ne wand wieder ne castlewand ne hab ich nicht zurückbekommen nein wie scheiße ist das denn Alex hat jemand noch nitro hier drin ne nicht so direkt nein wie kacke war das denn von mir ich 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 ähm war nischi fress einer Alex doch hilfe ok ach jetzt auf einmal ja ich hab ein wenig verhaum deswegen leute hasst mich also jeder das sieht hey du das wie so ne scheiße sollte man gehasst werden ich glaub ich hab zu wenig kalium oder so keine ahnung ich glaub ich hab zu wenig kalium oder so wenn die nicht genug aufgebrochen haben 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 wo war er ich hab ich hab ich irgendwo da oben müsste der sein direkt vor der ah oh fuck der wär gut geflasht die nicht genug aufgebrochen haben der kriegt irgendwo links von dir müsste der sein also ich höre da vorne irgendwo ich würde eher sagen weiter links ich glaub Alex hat rechts ich glaub Alex hat rechts ich glaub Alex hat rechts aim aufm Boden der kriecht aim aufm Boden ich höre wirklich da vorne ja du hast ja bei mir auch schau mal hättet mal ganz runterklappen seht ihr was ne oh der weiß wo du bist geh 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 warte mal ich treffe das ist ne Leiche das ist ne Leiche nicht rausgehen doch das war der rechts nein shit also ich hab da was getroffen aber ja das war ne Leiche meine ich oder? aber der lag da auch ne? nein das war die Leiche doch der lag da aber ich hab halt die Leiche das war da war keine Leiche doch da lag grad Puls da lag Puls da war ne Leiche aber was ist denn? äh Yateria? ja kennst du noch einen Inception? ja super toller Film oh man ja super toll oh man was willst du denn? du lebst immer noch passiert du bist grad in einem Let's Play ja also oh schönen guten Abend was wollen sie der Welt sagen? dem 38 Obonenten 39 ich hab gehört du hast Rainbow ich? ich hab Rainbow echt? ja nein nein was mit Demos dachte ich der ist weg ist weg gelaufen aber ganz so scheiße hab ich mit Cavera gespielt das war einfach mies weißt du in der ersten Runde zwei super Headshots und jetzt verkackt wie gar nichts also es ist äh ja war scheiße was führt dich her? aus nichts aus nichts ich hab nur ein bisschen mit Matt gesprochen Matt 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 das schmeckt man oder? ja 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 und dann hab ich mir so gedacht was für Clans es damals mal gab und dann ist mir NK wieder eingefallen gut oder schlecht so halbwegs dann hab ich ja 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 sehr interessant ja 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 ach ist nicht wahr scheiß krass aha und dann ja ja krass oh so hab ich das noch nie gesehen interessant krass ey nougaträger minus Klan Punkt blablabla Wut Alter das ist ja ne ganzes Ja okay oh nougaträgen ja das ist ähh lecker ja ne hör auf jetzt jetzt übertreibs aber hör auf NEIN Aaaah dieser Junge der bringt mich noch rum Krass. Ja, aber ich habe ja noch, als ihr dann euch langsam so aufgelöst habt, habe ich ja ab und zu mit euch ein bisschen gesprochen. Warte. Und was hast du erzählt? Ach. Huh. Da hast du aber echt kein Blatt vom Mund genommen. Boah. Ja, ich habe ihn, Michi. Scheiße, warum bist du übrigens mit Thermalt nicht an die Garagen? Dings. Wäre wohl besser gewesen, vielleicht, ja. Ja. Irgendwie, wir sind gerade in der Rank drunter, deswegen. Ja, kein Thema. Jonas, kommst du nach? Geht schon unten. Hä? Ja, wie bist du denn da hingekommen? C4! So. Boah. Ich weiß, ich rufe C4, aber weiche dem C4 nicht aus. So, schauen wir mal hier rein. Ich weiß, dass ich die Skacke auf die Kassen habe. So, na mal hier ist der Fall. Oh, ich weiß, dass ich die Kassen habe. Nein. und ja was immer noch da kochen wir die vorzüge ist egal übrigens hier im raum Was schaffst du, wenn... Ja, wollte grad sagen. Was schaffst du, wenn 17 HP noch den... Okay. Oh Mann, wo ist der denn? Du brauchst ein bisschen Calls, Jungs. Der ist ganz unten. Ich weiß, ich musste grad ein bisschen... Ja, der letzte ist in dem Ding. Der war im weißen Van, war der. Wenn ihr fertig seid, schürfst du mich dann nochmal an. Äh, ja. Es dauert ein bisschen. Genau da vor dir, Chris. Irgendwo da war der. Er ist nicht hinter dem weißen Van. Der muss links von dir irgendwie sein. Hast du ne Drohne oder sowas noch? Oh, warte. Ich hab ne Drohne drin schon. Äh, der muss hinter dem weißen Van oder beim Auto sein. Eins von beidem. Kannst du Drohnen irgendwie? Das wäre mega gut. Wahnsinnig Sekunden, da ist keine Zeit mehr für Drohnen. Du musst rein, Chris. Beweg dich. Warte, 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 Chris. Spiel safe. Lass unsere Mate gucken. 15... Chris? Der ist safe. Der ist in dem... Oh, Chris. Ja, Chris, ey. Wie soll ich den dann sehen? Zurückfeiern. Zurückfeiern. Jetzt zurück... Das war kein Headshot. Zurückprefeiern können hättest du. Was macht der da? Der schießt ja auf dich. Einfach zurückfeiern. Ich freu mich aber auf verstärkende Erweckung. Beziehungsweise kurz... Ich hätte drauf vermutet, dass er nur noch in diesem Raum sein kann. Weil... Eing'n Baum. Bei Pro90. Nee, weil... Bei dir war er nicht und er war nicht mehr im Raum. Und dann musste der Gang und der Nähe sein. Deswegen hätte ich da aufgetippt oder Treppe. Aber ich hätte jetzt eher in den Raum geguckt. Einfach nur so komisch. Der guckt, der guckt und dann... Als erstes so... Bierkerf und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Stürmt einfach so rein. Ich dachte so, hör, was ist los? Was ist da los? Ja, weil er gesehen, dass keiner mehr drin war, deswegen. Ja, ich dachte, er hätte mir das sagen können. Ich dachte kurz, er hat den zu gesehen. Ich hab dir noch gesagt, es ist klar. So, spiel jetzt mal Smoke. Du hast bei dem auch geguckt. Alex! Leute wie dich hasse ich. Leute, die Ruck spielen und dann nicht direkt am Anfang Ruck legen. Also die Ruck-Rüstung legen. Weil Alex immer generell. Haha. Ja. Alex, früher warst du mal toll. Früher warst du mal cool, Alex. Ja. Ja. Früher hattest du auch den Amir-Raum-Faktor. Ja, ich weiß auch nicht. In den ersten zwei Runden war ich super stark. Nein, Alex. Am besten da nicht zu machen. Nein, Alex. 5 Sekunden. Ich muss doch da wieder gleich hin. Es fehlen noch 2 Rucks. Am 4 hat den Biohazard-Container. Ich weiß nicht. Es ist blöd. In den ersten zwei Runden war ich richtig stark. Und jetzt hatte ich Scheiße gebaut. Ich geh mal mit Chris ein bisschen zoomen. Hä? Nee, du bleibst dran? Ja, echt ey. Du bist Smoke. Du bleibst dran. Wir hinten an dem Fenster. Wir hinten an dem Fenster. Oh. Oh, was er schafft sich Vorteile. Während du und deine Eltern sich nicht so im Vorteil. Einer ist im Visabüro. Ich bin in der hezlautigen. Ich bin in die Kirche. Ich bin in der Kirche. Was? Oh man, Michi Fenster oder wie Michi? Blackbird, ja Fenster Ist immer noch einer an den Fenstern? Ich weiß es nicht, ich hab ihn noch nicht mal gesehen Ich hasse Schwarzbart Nur in der Killcam Was? Ich könnte Schwarzbart Ah Unten waren IQ und Capitaro Also Jonas, bei dir, ne? Ja, die müssen ja hier lang kommen Kommt IQ, kommt IQ, kommt Super Super Oha, er ist bei mir durchs Loch gucken Wie ist die denn da hingekommen? Äh, Leute könnt ihr nach unten ziehen? Also Alex Jaja, die ist direkt unter euch Jungs Ah, die ist wieder raus War? Ja Total Merk Wie ist die denn da hingekommen? Die war plötzlich einfach da Hast du ne Idee, Chris? Ich hab andere Camps geschaut Ja Die war plötzlich einfach Da in diesem kleinen Büro mit den zwei Fenstern Schauf, Alex Schauf zu peaken Die war plötzlich einfach da Deploying Sensor Reload Geh auf die andere Tür besser, Alex Geh auf die andere Geh auf die andere Geh auf die andere Geh auf die andere Alex, Alex hört nicht ob das was wir sagen Das ist dem ja mal egal Ja, welche andere Tür Auf die rechts Auf die Große Da, genau die Links Da, da ist ne Drohne Direkt unterm Tisch Unterm Tisch Unterm Tisch So, und jetzt guckst du da auf die Tür Die kommt da auch Die kommt da auch Schieß, Tweetfire einfach Tweetfire Puls ist dumm Ja, da ist jetzt aber Puls voll Ja, echt Nimm deine Shotgun Oh man Lad ganz nach Lad ganz nach Du wirst jeden Schuss brauchen so scheiße Wie er grad spielt Bist du blöd? Ja, er ist gut auf Reichweite gegangen Der Puls kann nichts machen, weil er auf Reichweite ist Doch, warte Dings Nimm seine Shotgun Nein Oh Gott Meine Schuss Oh 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 Good job Ich hab echt nen Herzgefuck bekommen als dem zugeguckt Ja, ich glaub aber auch die Tastatur von den Typen Es gab und der Irgendwie Der spielt mit Controller, keine Ahnung Ja, ne Am Ende duckt der halt ständig und steht wieder auf Das muss doch eine bessere Punkt User join your channel Oh meine Güte Und Alex kommt mir noch nen MVP Aber verdient Verdient Ich hab grad einen Verdient Tut mir leid, der Omnitron Factor konnte diesmal nicht stehen Ich bin nur noch sieben Punkte von Silber 3 entfernt Gehen wir kurz rausladen Demo ist eigentlich Ich muss ganz kurz mit jemandem sprechen Natürlich Aber das machen wir in der nächsten Folge Machts gut Oh Gott, er nimmt mich nicht mehr so Im Im